Nach einem Wettkampf brauche ich einen ruhigen Ort, an dem ich mich vollkommen entspannen kann. Die Dolomiten geben mir diese innere Ruhe und das Gefühl zu Hause zu sein. Ich bin in Südtirol aufgewachsen und habe die Berge schon immer geliebt. Deswegen war für meinen Mann und mich klar, dass wir weiterhin hier leben möchten. Mir war es wichtig, große Fenster zu haben, um diesen schönen Ausblick auch von der Couch ausgenießen zu können. Wenn man so viel Glas verpaart hat, ist es aber natürlich auch wichtig, schnell und einfach für Privatsphäre sorgen zu können, gerade wenn es draußen dunkel wird. Deshalb haben wir uns nach einem sicheren System umgeschaut, mit dem wir unser komplettes Zuhause steuern können. Über das KNX-System von Jung können wir jetzt nicht nur die Jalousien regeln, sondern auch die Temperatur und das Licht steuern. Licht war bei der Renovierung ohnehin ein großes Thema für mich. Ich finde, durch ein schöneres Licht wirkt alles viel, viel gemütlicher. Ich liebe zum Beispiel das warme Licht am Abend, wenn die Sonne hinter den Bergen untergeht. Deshalb wollte ich für mich zu Hause die Möglichkeit haben, das Licht zu dimmen und die Farbreparatur zu wechseln. Beim Kochen sind Stefan und ich uns allerdings noch nicht so einig, ob gedimmtes oder helleres Licht besser ist. Worin wir uns aber einig sind, ist, dass es für uns super praktisch ist, alle Funktionen direkt in den einzelnen Räumen, aber auch zentral steuern zu können. Neben meinem Bett zum Beispiel habe ich so einen Taster, über dem ich das Licht im ganzen Haus ausschalten kann. Also manchmal vergesse ich das ja, dann drücke ich einfach und alle Lichter gehen aus. Das Haus hier ist wirklich zu meiner persönlichen Wohlfühloase geworden und ich kann hier nochmal richtig Kraft tanken für die kommende Saison.